Als totaler Krieg wird eine Art der Kriegsführung bezeichnet, bei der die gesellschaftlichen Ressourcen umfassend für den Krieg in Anspruch genommen werden, insbesondere für eine industrialisierte Kriegsführung. Weit verbreitet wurde der Ausdruck im Zweiten Weltkrieg, als er von Josef Goebbels am 18. Februar 1943 während der Sportpalastrede im Berliner Sportpalast gebraucht wurde. Eher unwahrscheinlich ist, dass Goebbels hierbei Bezug auf Franklin D. Roosevelt nahm, weil dieser am 12. Februar, also sechs Tage zuvor, bei der Casablanca-Konferenz im Januar die bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reichs gefordert hatte. Begriffsentwicklung Die erste Nennung des Begriffes «Totaler Krieg» ist in den 1770er Jahren belegt bei Georg Christoph Lichtenberg. Bei seiner Materialsammlung zu einem beabsichtigten Orbespictus war ihm aufgefallen, dass die Bedienten das Wort «Total» häufig in falschem Zusammenhang gebrauchten. Als Beispiel nennt er Ruh. A. Totaler Krieg Der Ausdruck stammt also möglicherweise aus der Alltagssprache des einfachen Volkes im 18. Jahrhundert. Der preußische Militärtheoretiker Karl von Clausewitz prägte den Begriff des absoluten Krieges. Klausewitz bezieht sich auf den Krieg zwischen Streitkräften und betont, dass der Krieg von sich aus keine Mäßigung kenne. Die Dynamik kriegerischer Gewalt werde nur von politischen und gesellschaftlichen Momenten eingeschränkt. 1924 verwies Paul Levy auf jüngste Entwicklungen in Deutschland und Frankreich. Nachdem es dem französischen General Charles Norlitt nicht gelungen war, entsprechend den Bestimmungen des Versailler Vertrages Deutschland zu entwaffnen, sah er, die kleine erlaubte deutsche Armee sich in eine Rahmenarmee umwandeln. Er konnte nichts dagegen tun. Er sah wie unter den verschiedensten Vorwänden junge Deutsche ihre körperliche Ausbildung betrieben. Er sah alle wissenschaftlichen und industriellen Kräfte sich verständigen im Hinblick auf einen kommenden Krieg. Er konnte nichts dagegen tun. Er fing an nachzudenken, wie man rüsten könne gegen eine solche Abrüstung. Und der Autor beschreibt, welche Konsequenzen man auf französischer Seite zog. Der Begriff des totalen Krieges wurde nach dem Ersten Weltkrieg auch von Erich Ludendorff verwendet. Das Buch wurde auch ins Japanische übersetzt. Er bezeichnet bei ihm den Vorrang des Krieges vor der Politik. Ludendorff zieht in seinem Buch Der totale Krieg den Schluss, dass die seelische Geschlossenheit des Volkes einen kriegsentscheidenden Faktor darstellt. Aus diesem Grund müsse alles geschehen, damit diese Geschlossenheit erreicht und erhalten werden kann. Dazu gehöre, das Volk über den Sinn und Zweck des Krieges aufzuklären. Gegenüber Kriegsgegnern, die die Einheit und Geschlossenheit in Frage stellen können, könnten Maßnahmen wie Schutzhaft notwendig sein. Als Kriegsgegner wurden von Ludendorff das Judentum, die katholische Kirche und die Sozialisten benannt. Ein weiterer Autor, der in diesem Zusammenhang zu nennen ist, ist Wilhelm Emil Mühlmann, für den die Extremform des Krieges nicht etwa durch besondere Blutigkeit gekennzeichnet, sondern durch besonders planvollen, totalen Einsatz aller geistigen, wirtschaftlichen und technischen Machtmittel. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Mühlmann Pazifist. Der totale Krieg enthält folgende ihn kennzeichnende Elemente. Totale Mobilisierung, Freisetzung zusätzlicher Kräfte für die Front, Verstärkung der Rüstungsanstrengungen. Totale Kontrolle, Gleichschaltung des Volkswillens, Propaganda. Totale Methoden, Verknüpfung von verschiedenen Waffentechniken und Systemen, Missachtung internationaler Konventionen. Totale Kriegsziele, totale militärische Unterwerfung der Gegner, totale politische Entmachtung der Gegner. Insofern ähnelt der totale Krieg dem Vernichtungskrieg. Beide Begriffe werden in der Geschichtswissenschaft oft synonym gebraucht. Nationalsozialismus in der von den Nationalsozialisten verwendeten Bedeutung ist der totale Krieg eine Kriegsführung, in deren Verlauf alle verfügbaren Ressourcen genutzt werden. Im totalen Krieg wird die Unterscheidung zwischen Heimat und Front aufgehoben. Die gesamten Produktionsmittel und die gesamte Arbeitskraft der Zivilbevölkerung werden ein Bestandteil des Kriegsapparates. Diese Anstrengungen sollen dem eigentlichen Ziel, nämlich der Vernichtung des Gegners, dienen. So wurde eine Dienstverpflichtung für Aufgaben der Reichsverteidigung eingeführt. Die Männer vom 16. bis zum 65. Lebensjahr und Frauen vom 17. bis zum 45. Lebensjahr einschloss und die Arbeitszeit auf bis zu 14 Stunden verlängerte. Der Begriff totaler Krieg wurde Teil der auch psychologischen Kriegführung. So werden allgemein im Militärwesen und der Kriegsführung Methoden und Maßnahmen zur Beeinflussung des Verhaltens und der Einstellungen von gegnerischen Streitkräften sowie fremder Zivilbevölkerungen im Rahmen oder im Vorfeld militärischer Operationen bezeichnet. Untertitelung des Zivilbevölkerung